Ein großer Trend im Badbereich ist das Thema Komfort und Flexibilität auch für unterschiedliche Nutzergruppen. Die Erwartung hierbei ist, dass sich das Bad immer mehr auf die Anforderungen der Nutzer einstellt. Das bedeutet auch zum Beispiel eine Höhenverstellung, die erwartet wird für Familien, in denen oftmals durch Kinder eine niedrige Höhe notwendig ist oder durch Erwachsene eine vielleicht etwas überhöhte Höhe. Es gibt sicherlich auch andere Gründe, die dafür sprechen, mehr Flexibilität beim Waschtisch oder auch beim WC in der Höhenverstellung anzubieten. Fieger bietet hier zwei neue Produkte, sowohl das höhenverstellbare WC als auch jetzt den höhenverstellbaren Waschtisch. Wir setzen hier auf eine einfache und bereits gut bewährte Technik, die Sie vielleicht von Ihrem Bürostuhl her kennen. Das heißt, hier haben wir eine flexible, einfache und auch kostengünstige Lösung, die mehr Flexibilität und mehr Komfort in jedes Bad bringen kann.